HP fordert Milliarden von Lynch's Witwe nach seinem Tod. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Lynch's Witwe für die Forderungen von Hewlett-Packard-Enterprise haftet, da der Tod von Mike Lynch und die damit verbundenen Ansprüche nun nicht mehr auf ihn übertragen werden können. In der Regel enden rechtliche Ansprüche mit dem Tod einer Person, es sei denn, es gibt spezifische Vereinbarungen oder Versicherungen, die eine Haftung über den Tod hinaus vorsehen. Es ist jedoch möglich, dass Hewlett-Packard-Enterprise versuchen könnte, Ansprüche gegen das Vermögen von Mike Lynch geltend zu machen, um die geforderten Schadenersatzbeträge zu erhalten. In diesem Fall könnte Lynch's Witwe als Erbin des Vermögens in Anspruch genommen werden, wenn das Vermögen ausreichend ist, um die Forderungen zu decken. Es ist ratsam, dass Lynch's Witwe sich rechtlich beraten lässt, um ihre Rechte und Pflichten in Bezug auf die Forderungen von Hewlett-Packard-Enterprise zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren.